Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2017 und kurz und knapp haben wir im Hintergrund den kaputten Controller von Noah. Wir wollten euch nur damit diesen ganz kleinen Video bringen, weil wir ganz viele neue Screenshots aus der Community, NBA Let's Player Community Treff haben. Gibt es ganz viele neue Bilder, zieht euch die rein, richtig gut geworden. Wenn ihr im nächsten Video euer Screenshot dabei seid, in die Community, jetzt! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.